Ich habe wieder diese Tüte dabei und ihr wisst, was das heißt. Hier drin ist mein Müll der vergangenen Wochen. Und ja, ich habe diese Tüte mit umgezogen, mit ein bisschen Müll drin. Sehr gut, das war bestimmt wichtig. Wir gehen jetzt diese Tüte wieder einmal durch, gucken, was da alles drin ist. Und ich werde euch zu den einzelnen Produkten meine Meinung sagen, hat es sich gelohnt, die Sachen zu kaufen, auch zu brauchen, werde ich sie mir wieder kaufen. Das alles und noch viel mehr in diesem Video. Let's go! Wir starten mit einer Zahnpasta, aus der ich wirklich den letzten Rest rausgequetscht habe. Und zwar ist es von Colgate. Ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Ich sage dazu immer Colgate, habe jetzt aber schon häufiger Leute auch Colgate sagen hören. Sagt mir mal gerne, welche Fraktion ihr seid. Und zwar ist es die Complete Protection for Healthy Mouth. Ich weiß gar nicht, warum das auf Englisch hier draufsteht. Fand ich ganz okay. Ich muss sagen, gibt es aber welche, die ich besser finde. Ich habe ja manchmal so ein bisschen schmerzende Zähne. Deswegen habe ich mir da in der Vergangenheit immer solche für empfindliche Zähne gekauft. Und ich glaube, das war auch so eine. Ist nicht mein Favorit. Gab es oder hatte ich schon bessere leider. Aber ja, hat funktioniert, war gut. Vom Geschmack auch ganz gut. Ja, kann man machen. Aber gibt es meiner Meinung nach bessere. Und würde ich mir daher nicht nochmal holen. Was ziehen wir als nächstes raus? Von Ghoul eine Spülung. Und zwar Frische und Leichtigkeit mit Zitronenmelisse. Und ich habe mir bei der gewünscht, dass sie ein bisschen frischer noch riecht und ein bisschen zitroniger. Aber der Duft ist ja kaum merklich da eigentlich. Also es riecht nicht so stark. Und es riecht eher wie so eine Spülung vom Friseur vielleicht. So in die Richtung. Ja, war okay. Von Pflegeaspekt her war die auch okay. War jetzt nichts, wo ich so dachte, wow, meine Haare sind danach richtig, richtig toll. Ich hatte es gekauft, weil die ist für normales bis schnell fettendes Haar. Und ich habe zur Zeit so ein bisschen Haar, das ist ein bisschen schneller nachfettet. Deswegen dachte ich, ist das vielleicht ganz gut. Hat eigentlich ganz gut funktioniert, glaube ich. Also es wurde ein bisschen besser. Aber ja, muss ich mal nochmal gucken, womit das zusammenhängt. Dass meine Haare schneller nachfetten. Also am häufigen Waschung kann es nicht liegen. So oft wasche ich meine Haare tatsächlich nicht. Ein bisschen TMI vielleicht, aber okay. Fand ich okay. War kein Highlight-Produkt. Könnte ich mir vorstellen, dass ich mir das nochmal hole. Vielleicht muss man die auch in Kombination mit dem passenden Shampoo benutzen. Gibt es ja auch manche Sachen, die eben aufeinander abgestimmt sind. Und ich habe halt einfach verwendet, was ich aktuell noch in meinem Vorrat hatte. Von daher, vielleicht funktioniert die besser in Kombination mit dem passenden Shampoo dann auch. Fand ich nicht verkehrt. Es ist ohne Tierversuche, ohne Silikone. Also eigentlich ein ganz gutes Produkt, meiner Meinung nach. Dann nochmal was für die Zähne. Von Donto Dent, das ist die Marke von dm, hatte ich eine Mundspülung. Zähne in 1, Protect and Care. Und dachte ich eigentlich, das wäre richtig gut für eben meine empfindlichen Zähne. Weiß ich jetzt nicht, ob das da groß was gebracht hat. Aber ich fand den Geschmack ganz, ganz furchtbar davon. Also wenn ich die benutzt habe hinterher, das war immer so ein Gefühl in meinem Mund. Das hat sich so alles zusammengezogelt. Also ganz, ganz furchtbar. Mochte ich überhaupt nicht und würde ich daher nicht nochmal kaufen. Tatsächlich. Auch wenn es vielleicht gut funktioniert hat, wobei ich das jetzt auch nicht gerade so bestätigen kann. Ja, kann man sich sparen wahrscheinlich am Ende des Tages. Würde ich nicht nochmal kaufen. Kennt ihr das, wenn man so an Zitronen denkt? Und dann hat man so dieses Gefühl im Mund von Zitronen. So ein bisschen so... Und genauso ist es mit dieser Mundspülung. Wenn ich an diese denke, dann habe ich dieses Mundgefühl auch wieder da. Weird. Jetzt habe ich gerade was rausgezogen und ich bin mir unsicher, ob das nicht im Project Pen vielleicht drin war. Bodyshop, Shower Cream, Shea Butter for Dry Skin, Nutty and Creamy. Von The Bodyshop. Ein Duschgel, Duschcreme. Ich glaube, das war im Project Pen. Kann das sein? Muss ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr gut. Es riecht richtig gut. Es ist sehr schwer, das aus der Verpackung rauszuholen. Aber, wenn man es dann mal draußen hat, riecht es unfassbar gut. Ich mag diesen Geruch sehr, sehr gerne und fand das richtig, richtig cool. War auch von dem Hautgefühl danach, also es trocknet die Haut nicht aus. War sehr angenehm, sehr gut. Mochte ich sehr gerne. Nur, die Verpackung ist dafür nicht optimal. Also, sobald das nur noch so halb voll ist, da den Rest rauszubekommen, super schwierig. Aber so generell, sehr, sehr gutes Produkt. Mochte ich sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, es war im Project Pen drin. Wie ist das in dieser Tüte gelandet? Eben, man weiß es nicht. Ach, guck mal. Ein Eyeliner. Und zwar der von Essence Super Precise Eyeliner. Long Lasting und Waterproof. Und der ist noch nicht ganz leer tatsächlich. Aber mittlerweile bröselt der so ein bisschen, sobald ich den auftrage. Und dadurch kann man keine schönen Linien mehr ziehen. Also er ist einfach eingetrocknet so ein bisschen. Den finde ich richtig gut. Diese Spitze, die ist ultra dünn. Also mit der kann man richtig schön die Eyeliner-Linie ziehen. Und den Eyeliner, das braucht nicht noch Linie dazu, oder? Den Eyeliner ziehen. Und richtig, richtig gut für den Preis. Unschlagbar. Ich weiß gar nicht mehr, ob es den noch gibt oder ob der mittlerweile schon fünfmal wieder verändert wurde. Weil der ist wirklich richtig alt. Und ich würde den tatsächlich wieder nachkaufen. Aber ich habe so viele Eyeliner in meinem Vorrat drin, dass die jetzt erstmal aufgebraucht werden müssen. Aber wenn ich keinen mehr hätte, dann würde ich von Essence mir einen nachkaufen. Weil das bisher der beste war, den ich je hatte. Also wirklich von dieser dünnen Spitze und allem, der Haltbarkeit unschlagbar. Für den Preis, tip top. Würde ich jedem empfehlen und auch wieder kaufen. Dann haben wir einmal Wattepads von Isana aus 100% Baumwolle. Sind okay. Benutze ich, um Nagellack zu entfernen, um irgendwelche Gesichtswasser und Ähnliches aufzutragen. Haben gut funktioniert. Und ja, kann man machen, meiner Meinung nach. Bin jetzt am überlegen, ob ich gerade für so Tonersachen umsteige auf wiederverwendbare Pads. Aber ich frage mich, wie bekommen die Leute, die die verwenden, Nagellack runter? Kann man diesen Nagellack auch aus diesen Pads wieder rauswaschen oder bleibt der für immer da drin? Also ich weiß auch nicht, wie gesund das ist, wenn man so Nagellack und Nagellackentferner ausläscht, weil es landet ja dann im Abwasser. Aber wie funktioniert das? Was ist die beste Alternative? Soll ich weiter solche Baumwollpads zum Nagellackentferner nutzen? Oder gibt es da irgendeine nachhaltigere Alternative? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, falls ihr da einen Tipp habt, was gut funktioniert. Was ich nicht mag, sind diese Dosen, wo der Nagellackentferner drin ist und da ist so ein Schwimmchen drin und dann steckt man den ganzen Finger rein und macht es sauber. Weil dann ist dieser ganze Finger im Endeffekt voll mit Nagellackentferner und es trocknet immer alles aus. Und dann hat man total trockene Hände und Finger und das ist für mich keine Alternative. Aber falls ihr eine andere Idee habt, schreibt es in die Kommentare. Ich bin da offen für. Und dann schauen wir mal, vielleicht entferne ich im neuen Jahr meine Nagellacke anders als mit Baumwollpads. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt gerne mal zwischenrein einen Daumen hoch. Das hilft mir sehr, sehr weiter, damit diese Videos ein bisschen eine bessere Reichweite bekommen und vom Algorithmus ein bisschen mehr gepusht werden und es mehr Leute sehen. Und ich freue mich, wenn der Kanal noch ein bisschen mehr wachsen würde. Dementsprechend, wenn ihr auch einen kleinen Kommentar hinterlassen würdet, einfach euer Lieblings-Emoji oder sonstiges, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Dann haben wir noch ein Duschgel, was ich aufgebraucht habe. Und zwar von TTCEPT. Hallo Herzenswärme, Orangenöl und Feige. Und das ist so ein richtig herbstlich-winterlicher Duft und der ist richtig gut. Das war auch so eine Cremeseife. Fand ich richtig angenehm, richtig schön. Damit zu duschen, kann ich empfehlen. Fand ich gut, war von der Wirkung ganz gut. Also von dem, wie sich die Haut danach angefühlt hat, war auch nicht austrocknend. War gut, mochte ich sehr gerne. Kann man machen. Aber ich hatte den tatsächlich auch im Sommer ein paar Tage verwendet. Und da fand ich den nicht so geil. Also das ist wirklich so ein Herbst-Winter-Duft. Wenn man das hat, dann sollte man das aufbrauchen im Herbst und Winter und fertig. Ja, in den Sommer passt es nicht so wirklich rein. Aber ansonsten, machte ich es sehr gerne. Aber wir haben ein Shampoo und ich glaube, ich gucke mal eben rein hier. Da haben wir nämlich auch das passende Spülung, die passende Spülung dazu. Und da muss ich sagen, das war richtig gut. Also das ist ja nicht so teuer. Ich glaube für Balea-Verhältnisse schon eher ein teureres Produkt. Aber ich fand es richtig gut. Das hat richtig gut für meine Haare funktioniert. Die waren richtig schön weich danach, richtig schön gepflegt. Wahrscheinlich sind hier Silikone und was weiß ich was alles drinnen. Hab keine Ahnung. Also wenn wahrscheinlich kein Silikon drin war, würde ich das sagen. I don't know. Ja, ich weiß es auch nicht. Ganz ehrlich, ich kenne mich damit auch immer nicht aus. Ich kaufe da einfach, was mich anlacht. Und das hat mich angelacht. Und das hat auch wunderbar hinterher funktioniert. Fand ich richtig, richtig gut. Meine Haare waren danach gut gepflegt. Da ist kein großer Geruch dran an diesen Shampoo- und Spülung-Kombinationen. Das riecht nicht nach wirklich was. Aber es war ganz angenehm. Meine Haare waren danach, auch ohne irgendwas in die Haare zu tun, also irgendein Haaröl oder sonstiges, richtig schön gepflegt. Fand ich super gut. Und wenn ich nicht noch so viel im Vorrat hätte, dann würde ich mir das vielleicht sogar nachkaufen. Also gerade für Leute, die wie ich brandierte Haare haben, funktioniert das richtig gut. Das Einzige, was mich da gestört hat, war die Shampoo-Öffnung oben. Fand ich ein bisschen nervig, weil ich das Gefühl habe, man bekommt gar nicht alles hier raus. Das finde ich schade. Da finde ich die klassischen Spülungs-Duschgel-Flaschen doch besser. Ich habe hier das Gefühl, dass da immer noch was drinnen wäre. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Das Nächste aus der Tüte ist von Rexona, mein Deo, ein Cotton-Dry Roll-On. Und fand ich vom Geruch nicht ganz so angenehm. Also es riecht halt ein bisschen wie so frisch gewaschene Wäsche, soll das wahrscheinlich sein. Ja, Cotton-Dry nehme ich an. Ja, finde ich aber jetzt als Deo nicht so cool. Da fände ich was Frischeres irgendwie besser. Also da können sie gerne eins rausbringen, was vielleicht ein bisschen zitronigen Duft hat. Würde mir besser gefallen als das hier. Aber ich glaube, es gibt noch zwei, drei andere Sorten und ich habe aktuell auch wieder eine andere Sorte in Benutzung. Und die mag ich lieber als die. War so ein Versuch, mal was Neues auszuprobieren. Mal ein bisschen rausgehen aus der Komfortzone und zu einem anderen Duft greifen. Ausbrechen aus Routinen. Und dann habe ich halt nicht den Shower Fresh gegriffen, sondern Cotton-Dry. Hey, ja, war ein Fehler. Machen wir nicht mehr. Aber hat funktioniert. Von daher alles okay. Das ist das Wichtigste bei einem Deo, dass man eben nicht mehr schwitzt, beziehungsweise nicht stinkt. Darum geht es ja eigentlich. Und das macht dieses Deo auf jeden Fall. Rexona ist für mich auch immer das Einzige, was funktioniert. Also ich habe schon viele Deos ausprobiert in der Vergangenheit. Und ich lande immer wieder bei Rexona, weil es für mich das Einzige ist, das so richtig gut funktioniert. Dann haben wir nochmal was für die Haare. Wir waren richtig gut diese letzten Wochen und Monate in so Haarshampoos und sowas aufbrauchen. Und zwar, wahre Schätze, pflegendes Öl-Shampoo mit Argan- und Camellia-Öl. Und ich mag ja in Haarprodukten Argan-Öl immer. Also egal, ob das jetzt ein reines Haaröl ist mit Argan-Öl, wunderbar. Ein Shampoo, Argan-Öl, super. In der Spülung, toll. In der Haarmaske, super. I love it. Argan-Öl kann von mir aus überall drin sein. Ich mag den Geruch. Ich mag die Wirkung. Ich habe keine Ahnung, wie viel Argan-Öl hier am Ende des Tages tatsächlich drinnen ist. Aber ich mag Produkte mit Argan-Öl drinnen. Und dementsprechend war das auch ein gutes Shampoo für trockenes und glanzloses Haar. Habe ich jetzt nicht so ganz unbedingt. Ich habe ja eher ein bisschen fettiges Haar. Wobei die Spitzen bei mir schon gerne mal eher trocken sind. Das hat das jetzt auch nicht so wunderbar gerettet. Also da ist das von Balea, die beiden Produkte hier, diese Plexcare-Sachen, sind da deutlich besser gegen trockene Haare als das hier. Aber auch hier muss ich sagen, ich habe nur das Shampoo benutzt und nicht Shampoo und Spülung. Vielleicht ist es dann auch nochmal was anderes. Vielleicht kann das in der Kombination dann auch besser funktionieren. Ich meine, genauso habe ich es ja bei den beiden Balea-Produkten auch gemacht. Die habe ich auch in Kombination benutzt. Und vielleicht müsste man das hier auch machen, um den vollen Effekt zu sehen. Aber an sich, ich mache den Geruch sehr gerne. Und es ist auch kein schlechtes Produkt. Und dann kommen wir schon zum letzten Produkt. Und zwar ist das von P2 ein 12-Stunden-Shade-Shifter-Eye-Shadow-Dew-Stick. Und zwar hat man hier auf der einen Seite eine dunkle Farbe und auf der anderen Seite eine helle Farbe. Und den habe ich jetzt aus meiner Make-Up-Sammlung vor einigen Wochen wieder rausgekramt und gedacht, den werde ich jetzt aufbrauchen und in nächster Zeit benutzen. Und ich muss leider sagen, der ist eingetrocknet. Und das ist unfassbar traurig, weil ich gerade diesen Highlighter-Farbton eigentlich richtig, richtig schön finde. Und der auf den Augen auch ganz gut funktioniert. Aber dieser dunkle Farbton funktioniert einfach gar nicht. Es wird absolut fleckig. Der ist so eingetrocknet, dass ich den gar nicht mehr so richtig aufs Auge drauf bekomme. Richtig, richtig schade. Und eigentlich ist es auch das gleiche mit dem hier. Auch der hier ist zu trocken und man kriegt es gar nicht schön aufs Auge aufgetragen. Es müsste viel weicher sein von der Konsistenz. Ich bin mir sicher, als ich den neu gekauft hatte, war der bestimmt auch viel weicher in der Konsistenz und hat sich viel besser auftragen lassen. Aber dadurch, dass der einfach sehr, sehr lange bei mir rumlag, ist der wahrscheinlich eingetrocknet und jetzt unbrauchbar. Und das ist so schade. Ja, aber deswegen machen wir Project Pan. Deswegen brauchen wir unsere Sachen in der Sammlung auf, damit sowas eben in Zukunft nicht mehr passiert und wir Produkte, die wir eigentlich vielleicht ganz cool fänden, wegschmeißen müssen. Ja, das ist wieder hier euer Weekly Reminder, Sachen aufzubrauchen, die ihr bei euch zu Hause habt oder weiterzugeben, damit irgendjemand die noch verwenden kann und wir sie nicht fast neu wegschmeißen müssen. Das waren jetzt wieder alle Sachen, die ich in letzter Zeit aufgebraucht habe. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr aufgebraucht habt und ich bin gespannt, was da so alles bei euch rumgekommen ist. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.